so herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute bei igor hdb schweißshop und ich kann euch so viel schon mal verraten wir stellen euch heute seinen tt vor hat aber eigentlich nichts mit dem tt zu tun ich weiß doch als wir das letzte mal hier waren hatte er so plan für das auto und wie es bei uns tun hatten so ist ist am meisten am ende der plan eigentlich komplett hinfällig und es kommt ein ganz anderes auto bei raus und genau das ist hier nämlich auch der fall ursprüngliche plan war igor wollte sich ein safari tt bauen das heißt das auto sollte ein bisschen bisschen höher sein bisschen größere räder und so weiter ich habe die leute schon vermisst rené ja ich weiß habe ich gelesen in den kommentaren aber jetzt bin ich ja wieder da aber urlaub war entspannt konntest ja leider nichts machen du wolltest ja eigentlich verreisen aber das ist ja aktuell alles sinnfällig aber einfach mal zu hause ein bisschen um den eigenen kram kümmern wir auch cool aber gar nichts machen so bevor wir zu igor reingehen gibt es noch mal doppelt einmal kurz werbung einmal ganz viele von euch warten doch genau auf diesen pulli mit dem kam os der war jetzt bestimmt ein halbes jahr lang ausverkauft ich hoffe bin der meinung wenn das video online geht sollte der eigentlich wieder verfügbar sein das heißt dann könnte da mal wieder ein bisschen shoppen der war jetzt wirklich ganz lange ganz lange nicht verfügbar zweiter punkt ist auch wenn es einen nicht ganz so schmeckt why food ein drink ersetzt eine ganze mahlzeit ich finde es cool dass mittlerweile einige auf den zug aufgesprungen sind rad 48 lisa jasmin haben jetzt ja mittlerweile einige ein bisschen werbung gemacht man muss dazu sagen wir trinken das wirklich auch wenn der eine oder andere es nicht glaubt der eine oder andere wird genauso mal durch zufall wenn wir unterwegs waren im bus gesehen haben dass wir tatsächlich immer ein paar drinks dabei haben weil gerade so wie für heute wieder wir sind um sieben uhr in hannover losgefahren um jetzt um zehn bei igor zu sein da ist es halt einfach praktisch man nimmt sich so ein drink mit trinkt ein und fertig jeder der es nicht glaubt oder es einfach noch nicht probiert hat gönnt euch testet einfach mal ein bisher waren wirklich viele die am ende gesagt haben doch der schmeckt was dein favorit von allen sachen finde ich am besten die riegel die riegel habe ich ja das video gefeiert am bildsterberg wo ich schmatz das ding esse das war wirklich nicht gestellt sondern auch die schmecken tatsächlich und es ist bei uns wirklich leider immer und immer und immer wieder so zu wenig zeit noch mal schnell irgendwas rein drücken und ich sage euch jeder der schon mal rennstrecke gefahren ist der weiß wie anstrengend da so ein paar runden sind und da ist es natürlich schon cool sich so kurz so ein riegel einzudrücken ich esse ja auch viel generell eiweißriegel und die meisten schmecken aber halt irgendwie nicht oder so pappig und die die kann man wirklich essen schmeckt halt richtig schokoladig also ich kann jetzt zur sekunde nur white chocolate anbieten double chocolate haben wir glaube ich nicht mehr aber so ok genug werbung für heute wir gehen erstmal zu igor rein und gucken was der her so treibt sieben uhr losgefahren also die strecke hier ist immer ja ich freue mich immer auf diesmal wo sie wirklich sagen wir fahren wirklich so viel durch die gegend und hierher und zu salem zu hauen erde alles was hier so ich habe mich extra hier im westenwald versteckt das ist wirklich schön seid ihr nicht über die a3 gefahren nein ich glaube da wirst du ein bisschen schneller gewesen ja aber es ist so die strecke da ich lasse eine autobahn bauen das wäre ein traum wobei ich habe schon gesagt für deinen tt musst du ja eigentlich eine autobahn bauen ja dann baust du eher einen offroad parken genau offroad erst mal letztes mal waren wir hier mit dem thema boot so ich habe eine story gesehen da hast du irgendwie was so ein bisschen gepostet von wegen du vermisst das boot aber das boot hast du doch das alles das boot ist jetzt bei christopher und er verpasst dem ganzen richtig geile lackierung ein bisschen so in deinem style du hast ja auch sehr gerne alles in schwarz und orange und ich finde das kommt sehr gut rüber und so wollen wir das auch machen so richtig also wirklich den letzten schliff noch geben also das hat es verdient neues boot schon im plan ja ja also ich habe eine firma die in der lage ist solche berechnungen zu machen und ich sage den jungs ich kann das nicht rund machen ich kann platten lesern und dann wird das relativ kantig vielleicht hast du das schon mal in einem video gesehen die insel gibt es im film und da ist auch so ein schnelles kantiges boot und sowas in die richtung aber ist alles noch am tisch ist natürlich schon in benutzung ja und gerade für das was wir gemacht haben wir haben ja für den lambo so und so und so und ich sag jetzt mal ein tisch gebaut natürlich habe ich das gesehen dafür ist natürlich perfekt weil gerade so zum spannen rechtwinklig bauen und verzug und so weiter ich habe auch schnell gedacht dann liegt bitte noch die zwingen und alles hinein weil ich habe mir du hast ja gesagt du bist ja motor darauf genau bauen die zwingen wird ja bestimmt gebraucht deswegen habe ich schnell was das heißt und bei dir im onlineshop würde so heißen die auch schraub zwingen genau wir waren uns nicht sicher wie die dinger du brauchst noch ein paar wenn du schon zuschraubst ich gucke gerade so was es noch so an die männliche version von meiner krümmachstützung so was schadet nicht wenn man sowas macht also für mich interessiert für mein kollekt solche sachen sind interessant ja und da hat sieben und einfach alles ja ich bin auch ich sag mal ich hab halt luxus dass ich die sachen hier habe ich kann sie auch nutzen wie man die sieht aber hier da wird schon mal die ausstellung was gemacht da sieht man ist in benutzung natürlich ja wir haben leider eine sache verbaselt ich weiß nicht ob es vielleicht im video aufgefallen ist wir hatten nicht mehr die passende düse ist eigentlich zu mir verschlossen wir haben dann einfach so eine pinke drauf gemacht die ich glaube ich eigentlich nicht mal viel gedacht das wird sonst noch weiß genau genau du willst du brauchst quasi eine schöne düse die eine schöne abdeckung hat ja genau ja habe ich da für dich also wir hatten mal eine weiße weiß ich nicht wie du uns damals mitgegeben hat es hier hat die farbe da irgendwas gerade zu bedeuten nein gar nichts es gibt halt welche die sind aus glas also beziehungsweise das ist kein glas das ist ein spezielles material wo du durchgucken kannst das ist kein glas sonst wird es ja durch die hitze wird bei uns leider nichts habe ich auch schon kaputt gemacht ich finde diese keramik diese halt toll weil die auch günstiger ist ja und die hat eine gewisse abdeckung und damit kannst du richtig schön schöner anlauf haben sind aber beide aus keramik sowohl die als auch die genau das ist halt fupa nennt sich das kommt aus den usa das ist der trend und die hat halt die größe 12 damit hast du eine ordentliche gasabdeckung wie ich gesagt habe und das ist noch ich sag mal handlich ja das ist nicht so groß 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 so da fällt mir ein thema glas das muss ich kurz erzählen wir haben früher immer wenn wir das e85 selber gemischt haben ja gibt es so so mischröhrchen eigentlich nicht mischröhrchen sondern du machst wasser und das e85 rein und dann setzt sich das wasser quasi ab und kannst ganz genau sehen ich hoffe es ist das wasser was ich absitze und kannst auf jeden fall am ende sehen wie der gehalt von dem wir da nur ist so ich habe glaube ich damals drei räuchern mitgestellt alle drei räuchern kaputt ohne räuchern vom kumpel weil der noch eins hatte weil ich bei uns sprit vor der tür messen wollte und bevor ich es überhaupt benutze konnte schon kaputt also da ja klar ist also sind wir auch robuste kerle wir brauchen gute werkzeuge ja ja genau das hat ich sag mal viele würden dazu sagen das ist mehr style aber glaub mir wenn du zum beispiel am auto oder irgendwo unterwegs bist und du kannst jetzt nicht gerade drunter und du schweißt so weil zum beispiel bei titan brauchst du eine richtig gute abdeckung da kannst du aber von hier noch was erkennen ja und das ist der hinterrufe im ganzen so jetzt zeigt uns mal ich habe schon angekündigt als wir das letzte mal hier war hat es ja schon so plan fürs auto ja und also eigentlich kein plan wenn wir jetzt das ding sehen ist eigentlich nicht mehr wie es geplant war nee gar nicht das ist mit jedem schritt wird das anders soll ich vorgehen meine damen und herren ich präsentiere ein oi tt ja ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll weil als wir das letzte mal hier waren war das ja wirklich muss man so sagen man sieht da noch so ein bisschen die reste ja das was ich noch das war tatsächlich einfach ein ganzer tt das war ein tt richtig was ist jetzt noch tt außer vorder hinterachse motor vorder hinter okay das alte lenkrad noch lenke stänger aber sonst nichts ist eigentlich wahnsinn jeder normale mensch würde jetzt denken ja hat sich über zwei achsen genommen und hat den rahmen drauf gesetzt so das coole ist aber du hast stück für stück rohr eingeschweißt und blech raus geschnitten ja weil ich habe ja nicht das wissen was du hast ich habe überhaupt keinen plan ich sage ganz ehrlich ich hätte es genauso gemacht ich feiere das auch komplett weil wir machen sowas ja nicht es gibt ja leute die ich sage jetzt mal verdienen ihr geld damit und machen solche umbauten ja dann ist sowas natürlich unwirtschaftlich hoch 10 und so weiter wir machen das ja wirklich rein nur aus spaß bock zu schweißen bock zu flexen bock was eigenes zu bauen und dass es noch möglich ist ja ich wollte dass es halt fährt danach dann kann ich das schon vollkommen verstehen aber wie bist du vorgegangen ich weiß erst hattest du komplett eigentlich nur oben in das auto in der zelle reingemacht so fing das eigentlich an genau genau erst mal habe ich angerufen ich habe gefragt philipp ich will alles abschneiden wie sieht es unten aus mit der mit dem bodenblech quasi das gesagt igor mach ruhig weiter das wird halten das hat auch gehalten für mich waren hier die punkte aber zuerst wie gesagt der tt kam und wir haben schon verrückt haben schon gesagt du bist verrückt dass du ein offroadbar hier daraus bauen willst weil der ist ja nicht dafür gemacht sehr schwer vorne hinten so aber ich musste ja irgendwo anfangen da war die idee von philipp vom westwood igor hol doch mal eine zelle von mir und fang damit an dann kam erst die zelle rein die zelle habe ich reingemacht da war das auto hatte noch alles also blech war da und dann habe ich nach und nach angefangen das ganze abzuschneiden aber ich hatte keinen plan dass es so wird das war nicht so geplant glaube ich jetzt ärgere ich mich glatt dass wir die wagen nicht mit haben ja ich wollte ich wollte dich noch über zufällige wagen aber ich habe wir können ja schätzen die können ja schätzen das müssen wir gleich noch das müssen wir gleich noch ausladen ich habe so viel zeug mitgebracht dass ich an die wagen ehrlich gesagt gedacht habe du hast sie heute zufällig nicht aber zufällig heute habe ich wirklich zufälligerweise nicht dabei schätzen okay ich schätze okay jetzt habe ich leider das rohmaterial nicht da gehabt aber ich schätze so wie das ding hier steht reden wir schon von 700 kg das könnte sein vielleicht könnte es auch ein bisschen entschuldigung dass ich jetzt aus der kamera das könnte sogar ein bisschen zu viel sein weil ich zeige dir eigentlich wie leichtgängig der jetzt ist ist das erstmal zum zum material ganz normales stahl zwei sachen die zelle ist aus einem präzisions stahl quasi unlegierter stahl der kann rosten aber das ist ein präzisions rot das ist kalt gezogen das hat keine schweißnahmen so ich zeige dir kurz hier sind teile die nicht tragen sind in der zelle die auch durchaus abreißen dürften da sieht ziemlich das ist ein einfaches konstruktions und wenn du das aufschneidest du merkst die spannung da sind die geht dann so auf das wird natürlich ist schon mal ein punkt was nicht so stabil ist wie so ein präzisions was kalt gezogen ist und daraus sind meistens auch die zellen gemacht aber ich würde mal tippen hinterachse so wie sie da ist wird garantiert mit dem vor motion diff und so weiter pi mal 100 kilo wiegen vorne komplett achse mit motorgetriebe 300 würde ich mal so tippen 350 vielleicht ich habe einen hupfagen aus dem lager geholt und habe das ding auf die mitte geschoben von dieser bühne und die war zirka meter hoch gehoben da habe ich hier vorne quasi mit dem hupfagen geguckt da waren 421 kilo also jeder war oben also quasi hat vorne gedrückt ich schätze mal 600 kilo aber vielleicht hast du recht mit 700 kilo so in dem kann natürlich auch mehr oder weniger also der wunsch ist natürlich so leicht wie möglich es geht zu bleiben also ich will jetzt dass die nicht unnötig schwer machen was hat er vorher geworben zusammengebaut in tt wiegt was wiegt in tt 1400 1500 so im dreck quadro natürlich gibt es in diesem video auch wieder ein gewinnspiel vielleicht hast du ja mitbekommen ja absolut witzig was so an kommentaren drin steht was ein bisschen schade ist das haben auch schon paar leute kommentiert das natürlich wir hatten früher extrem qualitativ hochwertige kommentare ist die qualität da ein bisschen so dass man in den kommentaren richtig was lesen konnte also haben sich wirklich leute mühe gemacht jetzt wollen die natürlich etwas gewinnen jetzt wird es halt endlich mal was vielleicht hier und da auch ein bisschen gefehlt hat ein bisschen amüsanter sich das durchzulesen weil da steht schon da steht schon definitiv witziges zeug drin das heißt in diesem video muss es auch wieder etwas zu gewinnen geben und ich dachte mir vielleicht gibt es irgendwas von dir zu gewinnen ja natürlich irgendwas cool ist ein schweißhelm braucht jeder schweißer wir schweißen hier also ein schweißhelm und das sprengt jetzt auch nicht den rahmen und weil ich den rahmen das ist alles in ordnung ich bin auch bereit für die community okay meinen beitrag zu leisten da muss ich diesmal vielleicht doch noch mal selber kommen wir haben das schon immer so fair geregelt dass natürlich wenn leute von uns was kommentieren ist das natürlich immer ja sonst hätte fast jedes mal so wie geworden genau außen vor müssen schon also okay mega krasse nummer passt natürlich auch zum thema wie forst auf auge ich nehme an natürlich automatisch schweißen richtig voll automatisch damit kannst du wick mag ihr hand schweißen alles komplett gibt es für den kommentar in einer woche mit den meisten likes so jetzt zu deiner safari jawohl tt soll auch safari heißen am ende ehrlich gesagt ich komme hier rein und sagt da steht die brunnhilde ja aber das ist das nicht verdient nein es ist halt mein herzensprojekt ich wollte sowas schon immer gemacht haben aber ich habe noch kein kein richtigen namen dafür dass ich denke das wird kommen du musst uns jetzt noch einmal abholen was du mit dem auto eigentlich vor hast willst du damit auf der straße fahren nee auf der straße das wird ja unmöglich sein ich meine eine einzelabnahme wenn das überhaupt das das kriege ich doch nie zugelassen ich weiß nicht wie viele von denen bauen müsste was sie hier irgendwo noch mal klar die alten fahrgestellungen schweiß ich hier so rein nein also es ist keine rede von der zulassung ja es ist es ist fun es ist fun es ist ein projekt kriege ich so etwas auf die beine mit meinen einfachsten mitteln und wird das fahren wie viel spaß will ich dabei haben aber man 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 sieht auf jeden fall dass du schon ein paar schritte weiter bist weil sowas hier jetzt hier zum beispiel runter da ist ja also schon mehr oder weniger boost geworden dass wir jetzt mit dem rad ganz einlängst da auf einmal wahrscheinlich platz braucht das ist ja der punkt du kannst ja nicht alles wissen vor allen dingen ich nicht ich fange ja irgendwo an okay wir machen große rede wir machen große räder aber ich behalte alles original hier vorne ist doch kein wunder dass die da jetzt nicht reinpassen und man sieht halt dass ich da an dem rahmen jetzt schnippeln musste das thema ist den rahmen neu zu bauen wäre auch eine möglichkeit aber hier sind ja nachher meine füße und die pedale dahin so was soll ich da jetzt tun also muss ich hier kreativ sein ausweichen gucken dass es noch stabil ist den wenn man jetzt hier mal so maß nehmen würde gegenüber dem tt wie genau hast du das wirklich ausgebaut und wieder wieder ich sag mal zusammengesetzt ich habe versucht möglichst genau das zu machen das thema ist halt du schneidest du fix ich habe sehr viel mit rohren abgefangen und fixiert aber trotzdem sehe ich jetzt schon dass da ein paar punkte sich verschoben haben ich glaube das kriege ich so ganz genau ohne einen richtig nicht hin ja und aber ich habe alles so gebaut dass ich das bewegen kann zum beispiel dass ich das verstellen kann dass das alles noch genau aber du hast abgast du anfangs eigentlich dann schon doch so mit gerechnet dass es am ende so wird überhaupt nicht überhaupt dass diese optik hier ist null gar nicht und das ist ja das schöne eigentlich ist es seit wirklich karte thema kann man eigentlich so sagen das ist eigentlich eigentlich ist es jetzt ja nur noch ein 1 8 t for motion richtig aber mein erstes auto warnt die ich liebe dieses auto jedes mal wenn ich die diese den alten achten ich kriege einfach gefühle natürlich musste ich jetzt ein dafür opfern aber es ist halt so die achse soll aber so bleiben so wichtig keine brauchst du die achse doch auch noch weil es würde sich jetzt ja schon anbieten diesen eigentlichen achsträger rauszunehmen und auch die eigentlich komponenten der achse fest an der kauasse direkt zu bekommen ja das ist für dich klingt das einfach du machst dir schon gedanken du hättest das vielleicht schon ganz anders gemacht aber ich habe das wissen nicht ich habe eine idee es gibt ein passat der dann ist diese ganze achse aus alu und diese ganzen aufnahmen radaufnahme ist auch alles aus aluminium und der punkt ist dieses gelenk ist dann auch anders ja es bewegt sich quasi nach unten was ich auch brauche bei einem passat 3c oder wie heißen die ich weiß es nicht ganz genau auf jeden fall und da war auch mit mcpherson vorderachse also mit so nicht diese doppellinke achse wie passat 3bg und so weiter sondern mit der achse wieder ok aber die idee wovon du jetzt gesprochen hast war auch da ich habe überlegt das so zu bauen dass ich quasi vier spurstangen habe und dass ich das ding so nach oben gehen kann und so machen aber hier ist ein platzproblem plus die wahrscheinlichkeit dass ich wenn ich das jetzt blind baue müsste ich wahrscheinlich sehr viel probieren bis es dann klappt und jetzt ich habe ja keinen platz und dann müsste das ding ja noch wesentlich breiter werden ich bin hier aber mit der ich komme ich komme gerade so raus so dann ist es vorbei also ich glaube ich würde folgendes machen ja ich würde wahrscheinlich ähnlich vorgehen wie du es jetzt auch schon gemacht dass das heißt die punkte die jetzt gerade hast irgendwie zur zur karosse star erstmal fixieren dass sie dann drum herum weg schnallen kannst und würde mir halt dann den achskörper bauen wie halt die kräfte wirken also schon irgendwie eine verbindung so herstellen und so herstellen und die beiden querlenker würde ich ähnlich wie du hinten auch schon gemacht hast einfach nur uniball beide seiten einstellbar und dann einfach mit beiden querlenkern zusammen so an die achse gehen und an das originale radlage und dann könnte ich quasi den stoßdämpfer auch ganz anders positionieren zum beispiel der würde dann quasi so jetzt müssen wir auch mal realistisch sein ich glaube einfach mal dass bei so einem auto womit du im gelände ich sage jetzt mal maximal 100 fährst maximal ist glaube ich die die eigentliche achseinstellung was spur und sturz und so weiter angeht jetzt nicht so wichtig wie bei einem auto was 300 fährt plus wenn du hier mit einmal vollgas irgendwo durchs feld hämmerst behaupte ich mal kannst du jeden tag das ganze einstellen fahren ja immer irgendwas so ein bisschen bisschen verstellen also wenn das ding jetzt auf der einen seite ein bisschen mehr nahe ich glaube das wird hier etwas verzeihen glaube ich ist das nicht weil alleine müssen wir uns nichts vormachen allein die reifen weißt du alleine sowas ja ganz anders ab als wir sollten hier wirklich mal realistisch sein ich werde damit jetzt keine berge hoch ballern und irgendwo rüber springen wobei wer weiß was passiert sagen warum nicht weil noch für das was du glaube ich vor hast würde ich also ich habe jetzt offroad mäßig auch überhaupt gar keine ahnung da wird es jetzt einige geben die da auf jeden fall ganz anders also hinten glaube ich geht das schon in die richtige richtung ich muss aber auch eins sagen was du hier siehst das ist ja nicht fertig ich will ja ich will jetzt eigentlich aktuell dass das ding überhaupt fährt wenn das wert und funktioniert kann man ja immer noch hingehen und das hier alles ändern aber du gehst mit einem ganz anderen gefühl damit das ding funktioniert ich möchte den wirklich jetzt auf die beine bringen und dann gibt es ja weil dann könntest du nämlich auch die aufnahmen beide einfach so typisch eine u mit dem uniball drin dass das ding komplett hoch und runter sich drehen kann und schon hast du wirklich komplett ein auswärts aber dann lenkung wird ja alles länger dann natürlich wenn du jetzt wenn du jetzt noch weiter raus gehst ja das thema ist diese radaufnahme da müsste ich das ja komplett alles neu konstruieren ich müsste eine eigene radaufnahme machen die dann quasi mit uniball gelenk wie viele sind es dann drei aber du kannst doch ich würde unten dass das eigentliche traggelenk würde ich lassen so ok das eigentliche traggelenk würde lassen würde vom traggelenk aus eine schöne platte oder das genauso reingesteckt wird und von dort aus gehst du mit zwei lenkern einmal nach vorne nach hinten und dann oben mit uniball das ist halt dementsprechend sowohl so einstellen also so das heißt du kommst ja mit dem radlagehäuser überall hin wo du willst und oben oben heißt hier oder wo ist oben für dich also ich dachte ich müsste dann hier dran nein nein du lässt das federbein so nein du lässt das federbein so es wird weil an sich ist dieses mcpherson system ja nicht schlecht genau es bewegt sich und je weiter du mit dem rad natürlich nach außen kommst je mehr federweg kannst du schon in gewiss weit noch ob das dann am ende mit lenktrapez und so weiter auch noch alles funktioniert ist eine andere sache aber das würde ich erst mal vernachlässigen weil wichtiger ist glaube ich da erst mal der federweg überhaupt als dass die spur wirklich perfekt bleibt aber das ist super weil wenn der motor läuft und das funktioniert alles wie ich dir vorgestellt habe ich werde es ja nicht verkleidet haben könnte ich das immer noch schnell umsetzen ich bin mir auch 100 prozent sicher dass die querlenker wenn du damit 80 mal irgendwo mit dem ding später runter ballast wird das auch relativ schnell entweder brechen oder verbiegen wie auch immer und wenn du da so ähnlich wie wie hier so hinten steht also richtig ein rohr mit mit dem fall jetzt kein uniball aber schon mit uniball hinten an das fertig weil das ist ja auch schon alles nicht mehr tt hier das ist ja auch schon komplett selber gebaut genau das ist ja auch schon komplett komplett anders und das sieht ja so aus dass hier immerhin was sind das 15 10 15 cm federweg ja aber hier müsste eine andere fehler ein müsste auch eine andere da müssten diese aufrot stoßdämpfer ein mit diesem ausgleichsbehälter und ich habe mit jemandem der spezialist ist gesprochen hat gesagt igor was wiegt das ding wie sieht es aus wie soll der federweg sein was willst du alles machen ich berechne dir das und macht hier so eins erstens ist das eine kostenfrage und ich wusste das vorher nicht also was mache ich golf 2 gewinde billig fahrwerk reinknallen damit ich überhaupt sehe wo die reise hingeht und dann kann man das ja immer noch machen aber ich kann dir mal kurz vorführen der federt schon gar nicht so schlecht hinten also ist schon das könnte also es ist für mich war wichtig da ist eine bewegung dass das alles hundertprozentig ist ist mir klar aber ich glaube selbst dass man denkt gerade dass das viele federn ist aber das ist glaube ich wie ein serienauto das ist wie so ein passat wenn ich den kopf rein das ding muss eigentlich so 30 zentimeter vorne müssen natürlich aufpassen wenn wir jetzt hier hinten ist das kein thema aber vorne mit der motor auf einmal richtig nach unten schwappt und ich dann er damit nehme ich ja auch das ist alles noch es ist so ein kompromiss ja das ist ja und da war schon auf jeden fall irgendwie so noch mal bitte ich habe die unterfahrschutz würde ja natürlich definitiv was schon mal gut ist mit dem rahmen hast natürlich jetzt eine basis wo du alles selber richtig machen kannst ich kann hier alles drauf schneiden neu machen und das also meine ich gebe meine prognose ab für in einem jahr für in einem jahr hast du vorne hinterachse komplett anders gebaut hast sowohl vorne als auch hinten die anlenkpunkte für die achse relativ weit in der mitte dass du möglichst lange lenken hast die dann halt genau möglichst viel weg haben zu hoch und runter das war ja auch ursprünglich der der wunsch nur es ist für mich halt technisch momentan oder von meinem gehirn auch nicht so einfach möglich das umzusetzen ich muss ich muss ich muss etwas machen mich sicher fühlen wie mit dem boot erstmal bauen erste probefahrt dann gucken was machen wir als nächstes ja dann kommt noch dazu dass halt leider fürs offroad fahren könnte ich mir vorstellen dass der motor dass das nicht so geil ist dass er vor der achse sitzt richtig weil wenn das ding dann doch mal so oder so die idee war ursprünglich ein anderes spenderfahrzeug zu nehmen wo der motor schon hinten ist aber ich borsche ja 120.000 euro borsche genau nee aber ich habe den tt der konnte nicht mehr zugelassen werden den habe ich günstig bekommen dann habe ich halt angefangen ich wollte allrad haben ich habe hier allrad theoretisch du hast absolut recht wir hatten ja auch darüber gesprochen du hast mir ein bestimmtes steuergerät empfohlen ich hatte auch noch eine ganz behinderte idee zwischendrin das gewicht doch immer wieder ausbalancieren ich hatte zwischenzeitlich mal die idee man könnte auch einfach hammer hat den motor vorne hinten noch einmal aber es ist ja noch alles möglich weil das ding könnte man ja nehmen frei programmierbare steuergerät das ist dann ab und das ding kannst du einfach nach hinten knallen weil das wird ja über seilzüge geschaltet könnte ich so nehmen ich habe auch schon die idee gehabt einfach das zu nehmen und nach hinten zu knallen aber dann habe ich überlegt jetzt müsste ich hinten alles neu machen dann habe ich dir geschrieben dass gesagt allrad ist dann weg das wäre auch schade also müssen wir jetzt hier irgendwo anfangen ja aber das ist ja wie gesagt noch nicht ganz fertig also für im gelände fahren stelle ich mir das mit zwei motoren auch komisch vor also ich glaube das wird dann zu schwer das auch noch aber weiß nicht ich glaube gerade im gelände ist halt wirklich wichtig dass alle vier räder eigentlich immer das gleiche machen und natürlich hat er genauso allrad mit einem motor vorne und hinten aber ich glaube da da ist definitiv die lösung ja ich habe ich habe auch den philipp westwood und der steven die kennst du ja schon du unterstützt mich ja so ein bisschen wenn ich fragen habe das steven war auch schon hier ich sag jungs was kann ich machen dass ich eigentlich permanent allrad habe weil da hinten ist ja diese lamellen gruppe das das ding schmeißt es an und es treibt sofort alles an das ist der wunsch also da gibt es verschiedenste also es gibt controller für die einfach diese das ist ja eigentlich eine ich sag jetzt mal eine druck kupplung die die einfach dauerhaft sperrt viele sagen man sollte das so machen man sollte das dann nichts mechanisches machen das problem ist natürlich sobald ein bisschen um die kurve fährst muss sie theoretisch aufmachen sonst rattert das auch so richtig also natürlich ist am coolsten einfach ausbau ein starres teil rein kann man an aber das rattert halt extrem das heißt normalerweise musst du wenn du wirklich volleinschlagengen und kurve fährst du dann wieder aufmachen so das ist auch von generationen von generationen des four motions immer besser geworden dass die immer besser schon von sich aus vorgespannt wurden bei der aller allerersten generation konnte man immer noch gut beobachten machst den start erst dreht vorne durch und dann wird hinten erst zugemacht und fährt quasi mit und bei den aktuellen rs3 tts und so weiter ist das ja schon komplett weg aber du würdest vorschlagen das anzusteuern alles so zu lassen und anzusteuern das weiß ich nicht habe ich keine ahnung im gelände okay ich könnte mir im richtig heftigen geländee einsatz wirst du definitiv einfach stahl und fertig ich wollte noch kurz das konzept mit dem motor vorne verteidigen weil es gibt so rennklassen die nennen sich rockbouncer und die sind alle so gebaut die haben natürlich diese festen achsen ja diese stark aber die sind dann mit diesen langen armen abgefangen und monster stoßdämpfer die so gut sind wie du und ich und die sind halt extrem beweglich aber die haben immer den motor vorne immer den motor vorne aber nach hinten sind ja auch relativ kurz ja motor der fahrer und dann knallen die da keiner 90 grad berg hoch ich hätte gerade noch eine ganz andere bekloppte idee okay man hätte auch die ganze technik komplett umdrehen können ja aber motor hinten das div quasi vorne weißt du dann kriegst du auch vorne richtig federweg hin ja problem ist nur das auto hat dann sechs rückwärts gänge in dem moment genau könnte man aber vielleicht irgendwie machen ich weiß nicht ob das ist so ein thema ist portal achsen bei dem ding weißt du dass man theoretisch über das radlager gehäuse das auto höher legt dazu quasi eine übersetzung das ist dann quasi antriebswelle übersetzung das eigentlich hat wird tiefer angeschraubt das machen die ganzen klassen und da gibt es definitiv welche die das auch einmal umdrehen also quasi zahnrad zahnrad und schon läuft das andere dagegen läuft ja aber das ist auch wiederum extrem ich muss wirklich selbst dass jetzt ist nicht das ist ja wirklich einfach du hast ein auto du schnüppelst das und brauchst du da rein du bist ein bisschen natürlich wieder hier reingewachsen das ist gerade so cool andere würden sich erst gar nicht zutrauen du machst halt einfach genau das ist halt immer schon mal und wie mit dem boot erste version sicher sein nächste version eine nummer krasse habt ihr denn bei euch in der nähe irgendwie einen offroad park wurde das ding fahren kann also ich habe gehört nürburgring soll ja so an offroad geschichte haben und das wird mein angriffspunkt sein wenn das soweit ist aber wie ich schon sagte genau solche projekte brauchen wir in deutschland hat definitiv um um einfach dieses schrauber können was wir so über die jahre einfach auch mal weiter zu geben dass es halt auch mal leute gibt die auch wieder interesse haben sowas zu bauen ich habe hier so viel gelernt das war ich hatte eigentlich sehr viel angst davor weil ich überhaupt keinen plan davon habe und ich habe mich wie machen die jungs das aber du liegst einfach los und der wiegt der der wie kommt dann von der reine der weg ist das ziel immer so schön okay also gehen wir da mal von aus dass das erst mal jetzt so bleibt antriebsstrang mäßig wird ja auch erst mal top funktionieren definitiv ist ja keine frage es wird halt nur hier und da halt einfach irgendwann an seine grenze kommen was können wir machen was was brauchst du noch ich sehe auf jeden fall problem wird ladenluft kühler bei 1 8 t ich habe überlegt weil hier ist natürlich riesen baustelle den jetzt hier hinzusetzen das ist unmöglich das ist ja die stelle die am ehesten immer was abbekommt genau ich wollte eigentlich so okay das hier ist hat ja was mit abgasen zu tun das verschwindet noch das ist meine hydraulik pumpe für sehr wohl lenkung vielleicht die elektrische machen ich weiß noch nicht dann könnte das weggebaut werden und der kompressor da würde ich auf jeden fall direkt abbauen nach direkt elektrisch gerade im ich sag jetzt mal im gelände als beispiel es kann ja auch immer mal passieren dass der druck abweist nee das motor kaputt also dass er einfach mal ausgeht keine ahnung tank leer weiß der geier mit der elektrische hast du wirklich immer eine leichte lenkung so also das haben wir bei marius am golf das ist schon also das hat mich überzeugt und diese elektrische lenkung die ihr da verbaut habt wird hier einfach zu der lenkung das ist eigentlich ganz einfach also man stellt sich das immer viel zu kompliziert nein einfach nur pumpe weg und die leitung die du jetzt gerade siehst ja gehen dann von der elektrischen pumpe jahren kann das heißt du kannst die elektrische pumpe überall hin bauen wo du willst und anschließend ans lenketriebe wo die leitung rangehen ja gut dann können wir es genau gehen einfach geht genauso einfach die druckleitung und dementsprechend die leitung zurück den wunsch hatte ich aber ich hätte nicht gedacht dass die müssen auch nicht gesteuert werden die kannst du wirklich nur an oder aus machen weil die haben selber ein regelventil drin wenn druck abfall beim lenken dann fertig klingt so ein bisschen klingt so ein bisschen wie so computer denn anders wie viel hat das so ein gewirr was muss man investieren für sowas das problem ist die sind ab werk schweineteuer so gibt es ja von von gibt es für die in opel wurde das viel verbaut mercedes und so weiter das heißt ab werk kostet sowas schnell immer so sechs sieben acht hundert euro gibt bei ebay für 200 euro aber so diese typischen gebrauchten überholten ja das ist in ordnung das kann ich so coole ist du kannst hier wieder platzieren wo du willst das heißt du kannst hier einfach pumpe hinten als beispiel rein wenn du gewicht dahinten willst kriegst von mir diese schönen habe ich auch was mitgebracht diese ptfe dash leitung die können nämlich selbst selber reinkommen und schon kannst du einfach die leitung natürlich fertig oder ein beifahrer fußraum oder so aber wir machen mal einmal ganz kurz dann müssen wir einmal kurz kommen aus dem kühler jawohl du meintest ja eigentlich ich soll den kühler retten wäre schön so kann ich eigentlich mein gewissen nicht vereinbaren dass ein schweißer wie du fertig war einfach ja ich wollte mir einfach so aber ist es kein schweißer aufpassen ein schweißer muss natürlich kästen selber ist auch eine krasse thematik kannst du auf jeden fall zu machen ja weil thema ladluft kühlerbau das unterschätzen einige so das ist jetzt hier natürlich die große version die feld mario ist zum beispiel auch bei sie wollen sieht beeindruckend aus wenn das hat man ja schon einiges ein ganz schöner klotz ohne so und den jetzt ja alter trick am besten auch wenn man es mal auspacken will am besten einfach mal lassen sonst ärgerst sich am ende über jeder einzelne so ein bisschen verbogen und so ist es halt einfach geschützt so und ich weiß einfach wenn du so einen aufwand machst dann wirst du mit dem standard kasten am ende nicht glücklich sein ja weil er muss ja irgendwie befestigt werden und unten und sagt kann es auch gleich aber die kasten so bauen wie jetzt ja weil bei dem aufwand die man hier betreibt und stimmt du hast absolut recht weil die genau genau ja 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 für jemand der halt einfach die technischen möglichkeiten nicht hat ist das immer schwer gesagt kästen bauen aber für dich ist das ein witzweiß weil du läser sehr ein paar teile biegst ja die und zack hast du den kasten einfach als cooles als cooles teil der ist jetzt natürlich das ist jetzt hier eher so eine tausend ps version ist eigentlich oberkind meint eigentlich nicht notwendig wenn du die ecke wohnen würdest weiß ich dass das schon so das ist für den step also für den 1 8 t motor plus du fährst jetzt auch nicht so die ultra krass lange hast in so einem auto ist das gar nicht notwendig so jetzt gucke ich mal was wir ja sonst auch so mitgebracht haben so der wird auch noch zu lange sein so was hier das ist so eine größe das ist so eine 500 ps größe sage ich jetzt mal hier ist ja glaube ich ganz gut drin auch könnte ich das ding auch nehmen wenn ich dann bei dem golf hier auch turbo baue zum beispiel da muss igor den und festen baut nein wir haben ja auch mit standard kästen gehst du links rechts raus und dann kommen deshalb gleich über halb so dick aber jetzt sehe ich gerade das war eine richtig gute idee weil ich wollte wirklich einfach machen aber ich weiß ja wie die dann weitergehen dass wir echt ein problem ist am ende sowieso wieder aufgesägt und anders gemacht du hättest es komplett ähnlich wie hier kannst tt und am ende kommt genauer raus so wäre es beim kühler genauso gewesen weil das hier auch gleich mitgebracht rohrmaterial als beispiel die rohrbögen sehen bei dir immer so sauber aus so schön so selbst guck mal wie eng der schon ist man unterschätzt wie platzaufwendig das ganze wird selbst wenn wir hier ladenluftkühler hinmachst und den kasten und den engen bogen bist du hier schon wieder und ich brauche hier ein bisschen platz das heißt unter dem strich weiß ich wie es enden wirst du wirst halt kästen bauen und wirst direkt überlegen wo der bogen so rauskommt und dann ganz schnell sind die halt genauso passen ich möchte ja quasi hier einmal und einmal darüber das war schon eine frage du kennst dich da ein bisschen besser aus wenn ich dir jetzt baue und gezeigt dass wenn ich es schon hier sieht von der beatmung her ist das ein problem oder ist das okay man darf immer nicht vergessen also natürlich deswegen kästen selber bauen die kästen selber bauen du machst hier einfach finden da rein das heißt du teilst einfach deinen luftstrom auf und die hälfte unten rein die andere hälfte oben rein wichtig ist ja nur dass die dann wirklich bis hier angezogen ist dass das wirklich abdichtet in dem kasten so das heißt du machst einfach in der mitte von dem kasten nochmal eine zunge die sagen wir bis zur bis zum vierten röhrchen geht und die luft teilt sich wirklich genau einmal so auf und einmal oben lang komplett durchziehen ja genau und ich persönlich wird es gleich auf beiden seiten machen marius war ein bisschen zu faul die konsequenz war ladenhof kühler ist geplatzt weil er wollte auf der seite wo es ausströmen nicht machen du hast natürlich mit einem mit einem steg da drin natürlich auch noch mal tierische stabilität in den kasten dass der kasten nicht auseinander kann wenn da erst mal zwei bar drauf sind oder so dann bläht er sich natürlich auf und irgendwann reißt er mit dieser zunge in der mitte kann er nichts mehr reißen weil das ist ja wirklich dann richtig fest so die haben wir auf jeden fall in fast allen größen von bis also den kannst du ihn länger haben kürzer haben flacher haben und so weiter ich jetzt sehe ich aber wirklich dass du hier gar keinen anderen weg hast du musst das mit dem ist immer so und am ende sieht es auch schöner aus gleich kasten passend zu bauen und wir haben einen todes aufwand wenn man sich dann da so drin verliert weil du fängst dann ja auch an jeder ecke denge und dann muss es ja irgendwie rund auf eckig und so ja ich will es auch so schweißen dass ich innen möglichst alles auch vom vom floh hier alles passt das wird schon und da ist auf jeden fall tipp schon mal den ganzen kasten fertig bauen und erst dann anschweißen ja weil dann kannst du den auch zur not von innen schön verschweißen und so weiter ja so jetzt ist nur die frage hola wieder positioniert wie willst du das dann da mit der anströmung machen ich dachte dann hat natürlich der beifahrer gelitten aber nur hutzer also wenn er dann so sitzt und dann hier noch ein bisschen zwangsbeatmet wird was was ist deine idee das problem ist wenn man realistisch mit so einem auto ja nur 60 bis 80 fährt hat man eigentlich kaum fahrtwind weißt du ja dieser kühleffekt von so einem ladenluft kühler fängt eigentlich meistens immer erst so richtig bei 100 oder so an wenn halt richtig fahrtwind da ist weil bei 60 kmh strömt da kaum lüft durch also du wirst auf jeden fall nicht drumherum kommen denke ich mal dann lüfter drauf zu machen habe ich auch kein kein problem damit also ich denke mal aber dann dann hättest du den vorteil du wärst dann unabhängig und kannst du so positionieren wie du willst so das heißt das heißt lüfter die raus saugen dass der fahrtwind einigermaßen noch drauf kann und dann halt nach unten dementsprechend hast du sowas bestimmt auch na super sehr gut dann haben wir das schon mal sind wir dann im nächsten punkt auch die musst du natürlich irgendwie befestigen das heißt du wirst gleich an deine kästen auch noch gleich aber wenn das nachher wirklich funktioniert dann hast du allerdings eine lösung lüfter ist halt immer cool selbst wenn du stehst lässt es einfach laufen ähnlich wie mit der elektrische bucke du kannst es dann einfach regeln sowas kann auch alles über das freie punkt über steuer geregelt werden das heißt du fährst schon immer mit kalter luft an nachteil halt normalerweise wenn du nur fahrtwind hast wird halt immer warm im leerlaufen so kannst du lüfter laufen lassen dass den kühlt sich ein bisschen runter super sehr gut allerdings ein punkt den man beim laufkühler glaube ich bei so einem auto nicht vergessen darf ist fällt mir jetzt gerade so ein thematik dreck da fliegt ja übelst dreck rum oder nicht weil nicht das auf einmal jede menge dreck auf einmal in der hutze drin ist und das eigentliche feine netz einfach voll mit schlamm und so weiter ist weil dann kann auch nichts verkühlen kann man aber sicherlich durch irgendwelche vorrichtungen man sieht das genau es gibt manchmal so windschutzscheiben da sind so schlitze dran ja normal kein glas kein gar nichts und da muss man sich natürlich gedanken machen ist es wird ja jemand schon mal gemacht haben man kann sich auch ein bisschen schlau machen aber ich denke auch da werden wir eine lösung finden ja also ich freue mich auf jeden fall auf das video material du wirst mich wahrscheinlich nicht über das hast du eine woche nur am kästen bauen bist ne und ne 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 nicht unbedingt das ist das ist bei mir so ich muss natürlich auch hier arbeiten und meistens wenn ab 4 uhr so ja klar dann bist du alleine dann bist du in eine lichtgeschwindigkeit dann geht es einfach ab und dann bist eine stunde hast du sachen gemacht wo du normal wochen für brauchst dann geht es voran genau die muse passt dann einfach so pass auf dann gibt es auch noch habe ich dir auch noch mitgebracht wo wir gerade bei der thematik sind ich habe so gedrehte endstücke das ist der schlauch da nicht runter kann die würde ich dann quasi direkt ans rohr oder halt an die ganzen rohre wie auch immer so und die sind halt genau so dass du einmal einen flachen und spitzenwinkel hast das heißt die gehen relativ einfach durch den flachen wickel in das rohr rein und bleiben aber da wenn die da allerdings einmal drin sind hast du da echt immer spaß die wieder raus zu kriegen weil der schlauch sich dann so richtig drauf kann natürlich jeder dreh an der ecke genauso drehen aber wenn man so was halt ich maschinell in großen mengen fertig ich muss ja hier so viele sachen fertig machen da bin ich ja froh wenn ich was sachen habe ich denke mal ganz wichtig bei dem auto bleibt deswegen habe ich gleich diese lang mit geworfen dass das alles arbeiten kann ja weißt du weil ich glaube da wird offroad mäßig so der punkten abgehen da würde ich nach möglichkeit überall wo es geht weil irgendwie wird ja dieser motor an der motor der laluf kühler an der karosse festgemacht richtig aber der motor ist ja bewegt sich ja richtig und da braucht man halt immer ein bisschen was zum irgendein wahnsinniger hat gesagt wieso schweißt du den motor nicht an den das sollte man nicht tun komplett starr ja ich weiß nicht ob vielleicht ist das beim offroad auch viele so dass die das starr da dran schrauben mit absicht damit das ganze nicht zu krass sich bewegen kann ist ja manchmal auch von negativ aber ich traue mich das noch nicht also weil das problem ist auch thema wasser kühler hast du ja da hinten schon genau den alten nur damit ich genau richtig platziert natürlich wäre ein ladenluft kühler da auch perfekt aber du kannst jetzt ja nicht anfangen deine ladenluft rohre einmal durch den raum zu ziehen das ist einfach zu lang deswegen das macht keinen sinn so was cool sein könnte das allerdings auch noch zu lang ist wäre halt so ein ladenluft kühler im dach weißt du ja ja aber selbst dann hast du logischerweise die rohre deswegen also ist schon richtig also ich denke auch die perfekte position wir haben da auch viel platz ist schon hier ne und nah am motor die wiege sind kurz das wird ich denke das ist gut so wasser kühler eine thematik die ich nicht unterschätzen würde ich nehme mal an dass du das ist nicht eine hundert sieben grad heiße dusche auf einmal haben willst irgendwann ne weil wenn das ding da platzt und jeder wo schon mal so ein kühlkreislauf geplatzt ist weiß was dann so los ist ne da sollte man sich vielleicht überlegen ob man also du musst es auf jeden fall irgendwie abschotten zum innenrum das definitiv ne das heißt hier muss auf jeden fall noch irgendwas zwischen und am besten noch hier drüber ja ja weil dann mal auf einmal so er geht ja meistens dann noch nicht beim warm laufen bei 70 grad kaputt ne sondern richtig druck und dann kommt ihr da so ein heißer das ist nicht zu unterschätzen andere variante ist das ganze halt nach hinten zu stellen noch weiter weißt du das ist eher hier so ja hier so zwischen hinter wie auch immer ist ne wir könnten ja gerade mal nach hinten setzen und uns was auch angucken oder findest ja ok genau das gleiche ich habe nämlich genau auch diese kühler einfach aus voll alu ne ich habe dir hier zum beispiel mal einen mitgebracht der ist vom vom von meinem audi quasi da ist nämlich auch wieder das coole brauchen wir jetzt eigentlich nicht auspacken hat halt alu kästen das heißt du kannst auch die umschweißen du kannst auch dem hier ein halter anschweißen noch mal anschluss anschweißen wie auch immer ne ich denke einfach vom look her bietet sich an das dahin zu machen ja definitiv sieht man ja auch ganz häufig so ja nur halt da muss dann was 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 zwischen glaube ja definitiv definitiv ja der bleibt ja so nicht nehmen auch hier und ich vermute mal du willst hier ein tankhänger ja so dann kann man nämlich auch mit ich muss ja jetzt möglichst viel gewicht nach hinten bekommen so da wolltest du ja unbedingt so ein alu renntank haben so das sind jetzt 60 liter 60 liter wirkt so riesig 60 liter die frage ist brauchst du 60 liter ich denke da ich ja nicht langstrecke fahr wären glaube ich 40, 50 den haben wir genau so 10, 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter jetzt den reinlegen wäre schade der ist aber so schön kuriert so der nachteil ist natürlich nicht wenn hier so ein riesen ding hat lass mal ab dann können wir den da stehen lassen meine männliche aussehen tut es ja heftig ja dann haben wir hinten schon mal ausgefüllt so da sind wir aber leider nicht am ende weil wenn ich mir das kraftstoffsystem fehlen dürfte würde ich bei so einem offroad ding folgendes machen ist ja schon weihnachten heute habe ich das Gefühl folgendes machen eine pumpe die von dem tank in diesen catch tank pumpt wie bei marius ähnlich so diesen ja wobei ja nicht ganz wir haben das bei dem 3er golf gerade so gebaut das heißt diesen tank kannst du dir hinsetzen wo du willst tendenziell eher nach vorne zur motordähe und hier ist halt das gute die hauptpumpe die wirklich den druck macht die tankt hier raus so du gehst von der tank mit einer pumpe in diesen catch tank mit rücklauf wieder zurück das heißt egal wie wo was passiert der ist immer gefüllt und du hast immer dieses volumen für die hauptpumpe nach vorne und wenn du dann doch mal irgendwie hoch und runter sprichst auf dem dach liegst läuft der motor immer wenn du mal hoch und runter springst ist es halt bei so einem riesen tank halt schon so dass das damals so ne du stehst ich also heute morgen als ich das zeug zusammengesucht habe kam ich mir dann auf die idee es gibt ja in so offroad parks so situationen denke ich mal wo du auch mal ganz lange so an einem hang stehst ja wo du an so einer schrägen stehst und vielleicht einfach in dem moment keine ahnung gang nicht rein kriegst warten musst nicht weißt rolle ich jetzt rückwärts wieder runter bleibe ich kurz stehen wie auch immer stimmt und dann kann es halt bei so einem riesen tank halt einfach passieren wenn nur 10 liter drin sind dass es halt so weit weg schwappt dass die eigentliche pumpe luft absaugt ne so und jetzt kann man ja noch nicht mal sagen wir machen diese schönen anschlüsse diesen sumpf hier ist ja extra ein sumpf dran dass der ein bisschen tiefer absaugt ja nützt ja nichts wenn du so stehst genau so das kannst du ja mal logischerweise zur einen seite bauen jetzt gibt es ja auch den moment dass du vorwärts so runter fährst klar da kann der motor theoretisch auch ausgehen aber es ist natürlich unangenehm wenn der motor ausgeht richtig ne da hast du sehr gut mit gedacht super so und dann hast du immer noch hier dieses ich sag jetzt mal mit pumpe drin dieses restvolumen von ein paar litern die reichen ja locker für so einen motor dass die ein bisschen fährt weil alles was vom motor wieder zurückkommt geht ja hier wieder rein ja das heißt das was der motor nicht verbraut füllt immer diesen tank so ne sehr gut also das ist dann ein system gibt es mit einer pumpe und mit zwei pumpen hier passt allerdings so eine 044er pumpe rein die kann auf ganz normalem Sprit allerdings locker 600 PS ne ok also das wird eigentlich gut ich denke nicht dass wir jetzt 600 PS mit dem Ding machen werden original hat der 224 und du hast ja schon gesagt wenn wir das mit einem freiprogrammigen steuergerät machen und der Motor soweit ok ist dann kann man ja schnell schon ein bisschen was mehr rausholen ja so das heißt wir können auch abgekürzt sagen den tank habe ich in allen verschiedensten Größen das kannst du dir noch überlegen welche Größe du brauchst und kühler ich habe glaube ich in Summe keine Ahnung 200 kühler oder so alle kühler ne da finden wir auch immer einen von Abmaßen her der so passt wie du ihn gerne hättest ne ja bei den würde ich auf jeden Fall maximal groß wählen ja würde ich da wirklich gleich also da kann kühler mit dem Tank habe ich ich denke dass das ja mehr ein Fahrfahrzeug ist ja ich werde jetzt damit keine Dakar 1000, 2000 Kilometer machen ich weiß nicht wie lang die Dakars sind wahrscheinlich ewig lang wird das übertrieben sein mit so einem großen Tank in einer Alumousine oder sowas kann ich mir vorstellen aber ich glaube hier würde so ein 40 Liter Tank reichen ich bin mir nicht sicher es ist ja ok du brauchst jetzt einfach ohne Reglement ohne alles ganz oft gibt es auch ein Maximalmaß an Tank dass du als Beispiel in so einem Mammutpark so mit 20 Litern rumfahren darfst weil man darf ja auch immer nicht vergessen wenn mal was undicht wird das ist übrigens ganz wichtig niemals starr an den Rahmen schrauben weil dieser Alutank wenn du den starr anschraubst wenn der Arm nur so ein ganz bisschen so arbeitet und das starr verschraubt ist reißt natürlich das Alu sofort das heißt Gummi gelagert irgendwie da ist ja Bewegung drin richtig auf Gummi drauf ok sehr gut so dann habe ich dir auch gleich noch passend mitgebracht wir haben nämlich auch die Einstiegsgalerie für deinen Motor dann kannst du da vorne nämlich dieses edelstahlige Lupe auch gleich geschmeißen die ist doch klar dass du jetzt hier bleibst du darfst nicht mehr zurückfahren so dann hast du nämlich gleich alles auf diese coolen Dash-Dingel hast du da schon mal mitgearbeitet nein aber ich habe das bei dir schon oft gesehen und ich habe mir das immer gewünscht weil das würde das ganze abrunden das würde richtig geil aussehen seitdem wir diese PTFE Leitung haben mit dieser Teflon Seele kein Spaß eine Dash 4 Leitung das ist eine noch mal kleiner haben wir getestet mit 200 Bar 200 Bar das ist so viel wie in einer Gasflasche und guck dir die Gasflasche mal an ist dicht geblieben der Prüfstand konnte 300 Bar da war es immer noch dicht Wahnsinn das Teflon da drin ist wirklich wir haben jetzt nicht so extrem Volumen aber trotzdem wenn jemand weiß wie viel 200 Bar sind das ist also das ist schon das ist schon das ist schon krass und das ganze dichtet halt einfach über so eine das schraubst du einfach so zusammen du schiebst diese du schiebst diese Dichtolive hier quasi über das Teflon so zack rüber stimmt 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 vorher niemals vergessen erst natürlich die Urwurfmutter und danach schiebt man das imaginär ist hier jetzt genau der Schlauch zwischen und du quetscht es dazwischen quetscht und alles so und wie machst du das handfest oder schon mit dem Schraubenschlüssel ein bisschen ähm gut dass du sagst die habe ich vergessen den mitzubringen es gibt natürlich auch so schöne Schlüssel dass du die nicht so zerkratzt ne ganz einfach dagegen ziehen stimmt das ist ja auch ein bisschen beschichtet so es geht auch relativ einfach also ist jetzt nicht so dass du da wie ein Behinderter da rum drehst sondern schon super super so und dann kannst du einfach quer durchs ganze Auto diese Leitung legen und das ist auch eine Leitung die reicht für 600 PS ohne Problem das sieht recht dünn aus aber es sieht einfach daran bei der Wandstärke so dieses Dash 6 das reicht ohne Problem aus ja super weil ich wusste noch nicht ganz genau wie das hier passiert aber jetzt haben wir hier auch jetzt kommt da langsam ein Konzept rein oh ja so das heißt theoretisch Tank irgendwo hier eine Pumpe festmachen die vom Tank in den Ketschtank punkt und dann von dem Ketschtank einmal in geil mit Benzin und Griller extern alles in den Motor die Pumpe darf nicht am Tank irgendwie sein die musst du ja packen doch doch die kann theoretisch können wir die mit einem mit einer genau theoretisch kannst du die einfach mit einem festen 90 Grad Verbinder an den Tank setzen das ist egal das geht schon wird natürlich dann ein bisschen mehr Geräusche machen weil das natürlich so ne aber ich wusste eh das ist immer so egal wo ich so Zeug mit hin bringe ich sag auch immer wir brauchen da im Vorfeld uns nicht zu sehr Gedanken machen was du nimmst ne weil am Ende geht 80 Prozent eh wieder zurück und 50 Prozent kommen anders ja weil du weißt ja wie es ist ne dann doch über 90 Grad 45 Grad das stimmt das stimmt schön super und so wo ich den Motor da vorne sehe weiß ich einfach dass da auch noch randkarte ist und jetzt fliegen wird da ist ja auch viel zu viel dran zu ändern ja der wird komplett nackig gemacht sauber gemacht gucken wir kurz ob die Kupplung noch okay ist und dann dieses ganze gedöhnt wobei wenn du nach der Kupplung guckst meine Empfehlung bau gleich mal ein ne neuer oder ne andere ne andere weil guck mal realistisch gesehen ist das doch ein Bauteil womit du im Geländer am meisten arbeitest ja wie oft machst du da wirklich mal mit der Kupplung und so weiter das ist glaube ich ein Teil ich glaube die Kupplung ist fast entscheidender als richtig leistungsort gut hast du auch im Sortiment so ist das ja theoretisch von Sachs halt aber kannst du ganz normal von Sachs irgendwie sein das ist ja kaum mit Kupplung und so weiter voll das Wärme-Video eigentlich aber unser Konzept muss ja stehen das wissen einfach auch einfach viele nicht Marius und meins und auch deins wie ich sehe das war halt einfach unser Leben die ganze Zeit wieso war also ist für uns noch aber es ist ja leider so dass ich kenne keinen anderen der sowas aktuell baut doch ein paar kenne ich schon noch aber es ist einfach so dass wir nach wie vor die Flagge hochhalten und ich deswegen das auch so cool finde dass du halt hammerhart hier sowas ja ich habe mir sowas schon immer gewünscht ich wollte sowas immer schon machen deswegen und wie gesagt einfach drauf los und dann geht das schon der Weg der Weg ist das Ziel genau okay das heißt wir können uns auf jede Menge Videos freuen ja hierzu ich freue mich auf jeden Fall spätestens auf das Video nächstes Jahr im Sommer wie wir hier mitfahren und René muss auch noch ohne Boot fahren wir beide zusammen mit dem Boot mit Schwimwesten also wir machen da am besten eine Anhängerkupplung und ziehen das Boot also willst du lieber fahren Boot oder TT TT echt? ich freue mich auf das Boot also ich fahre ich meine das Boot hat jetzt ist letztens so ca. 60 gefahren aber stabil dafür stabil wirklich sauber im Wasser ja wie das jetzt hiermit ist ich habe überhaupt keinen Plan wie es sich im Gelände nachher verhält wie das halt so ist ja also jeder der Interesse an diesem Projekt geweckt hat jeder der Interesse geweckt hat jeder der Interesse an diesem Projekt jetzt hat einfach bei Igo auf den Channel gucken ja ich denke mal du wirst die Leute Zeitraffer technisch mit besonderen Momenten wie ist da aktuell die Frequenz? wie viele Videos? hast du das schon zugemacht? es ging eigentlich los mit dem wo wir das Auto angefangen haben zu zerschneiden da waren es 2-3 Stück aber aktuell zu dem Projekt gibt es eigentlich 2 Videos 2 Videos genau ok in diesem Sinne ne Philipp vielen Dank hierfür also ich bin weiß nicht jetzt habe ich wirklich ein Konzept wie das jetzt hier sein wird wir werden gleich die Halle verlassen und hören die Flex schon bei nein du wirst hier bleiben das ist ja wohl klar jetzt da musst du unsere Autos verheben ein Witterschild vor der Tür ok das stimmt auch in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal